Hallo und herzlich willkommen zu Share & Grow, der Podcast für positive Psychologie und ein starkes Mindset. Mein Name ist Muriel, ich bin Psychologin spezialisiert auf die positive Psychologie und ich freue mich, dass du heute zuhörst, denn wir widmen uns in den letzten drei Folgen des Jahres in diesem Podcast einem ganz besonderen Thema, nämlich dem Lebenssinn. Wir wollen mal verstehen, vor allem in dieser heutigen Folge, was der Lebenssinn überhaupt bedeutet, was es mit uns macht, wenn wir unseren Lebenssinn kennen und wir wollen natürlich auch ein bisschen praktisch werden und mal darauf blicken, wie finden wir denn unseren Sinn im Leben. Wir alle fragen uns früher oder später im Leben mal, was ist eigentlich der Sinn des Lebens, warum bin ich hier? Und das war ganz, ganz lange eine rein philosophische Frage, die sich eben Philosophen und Philosophinnen gestellt haben. Und über die Jahre haben sich auch immer mehr Psychologen und Psychologinnen damit auseinandergesetzt und auch die psychologische Forschung hat sich damit befasst, was denn dieser Lebenssinn überhaupt bedeutet, was das ist. Und vor allem die Teildisziplin der positiven Psychologie, auf die ich ja spezialisiert bin, greift immer wieder dieses Thema Meaning of Life, Lebenssinn auf. Und das ist in der Psychologie untrennbar verbunden mit dem Namen Viktor Frankl. Dieser Mann ist mittlerweile verstorben, er ist Ende der 90er Jahre gestorben. Und mir ist es ganz wichtig zu erwähnen, denn er legte den Grundstein der psychologischen Forschung in diesem Themenbereich Lebenssinn. Er war Wiener Neurologe, Psychiater und Psychotherapeut und wurde in seinem eigenen Leben mit der Frage nach dem Sinn auf eine sehr harte Art und Weise konfrontiert. Denn Viktor Frankl ist besonders dafür bekannt, für seine Arbeiten, nachdem er vier deutsche Konzentrationslager überlebt hatte. Und in diesen KZs beobachtete er an sich selbst und auch an den anderen Menschen dort, dass alles verloren war, wenn Menschen keinen Sinn in ihrem Leben mehr gesehen haben. Also solange die Leute auch in dem KZ noch einen Sinn in ihrem Leben gesehen haben, konnten sie irgendwie durchhalten. Und sobald es nicht mehr der Fall war, haben sie es nicht mehr geschafft. Frankl folgerte dann daraus, dass Menschen wie so einen Willen zum Sinn besitzen, also dass wir immer wieder auf der Suche nach dem Warum sind. Und vielleicht kennst du das auch, dass diese Frage nach dem Sinn des Lebens immer mal wieder deinen Weg kreuzt, dass immer mal wieder sowas kommt wie, warum ist denn überhaupt Leben auf der Erde und dass wir in allem versuchen, so einen Sinn zu erkennen. Und das ist etwas, was wie so ein, ja fast schon wie so ein Drang in uns ist, dass wir den Sinn hinter etwas und auch unserer Existenz verstehen wollen. Frankl hat, um Personen bei der Sinnfindung zu unterstützen, eine eigene Form der psychotherapeutischen Intervention entwickelt. Und das ist die Logotherapie. Und die hat das Ziel, dass wir wieder Urvertrauen aufbauen, dass wir das Leben bejahen und eben Lebensangst abbauen. Und da arbeitet er ganz viel damit, dass wir loslassen und dass wir auch dieses Ja zum Leben aus uns selbst heraus entwickeln. Frankls Meinung war nämlich, dass Leben hat ohne jeden Vorbehalt und unter jeden Umständen Sinn und Bedeutung. Und die Aufgabe des Menschen ist es, diesen Sinn und diese Bedeutung zu entdecken. Und selbst in schwierigen Lebenssituationen besitzen Menschen laut Frankl die innere Freiheit der Wahl, ich finde das so schön gesagt von ihm, ich wiederhole das nochmal, die innere Freiheit der Wahl, den Sinn zu finden. Und diese innere Freiheit besitzen wir eben auch in schwierigen Situationen. Seit einiger Zeit ist die psychologische Forschung darum bemüht, das Konzept des Lebenssinns näher zu erforschen. Und es gibt so ein paar Ergebnisse und Definitionen, die ich für ein bisschen mehr Klarheit hier teilen möchte, damit wir alle auf der sogenannten selben Seite stehen oder sind. Der Lebenssinn ist nämlich gleichzeitig ein Konstrukt, was erforscht wird in der Psychologie, so wie eine persönliche Konstruktion, also etwas, was ich selber erstelle. Und wir erstellen das, um Ordnung, Zusammenhang und Zweck der eigenen Existenz zu erkennen. Die Forschung merkt, dass ein paar Dinge besonders wichtig für uns Menschen dabei zu sein scheinen. Und das ist einmal, dass wir Ziele verfolgen, Entscheidungen treffen, dass wir unseren Selbstwert stärken, aber auch, dass wir bestimmte soziale Werte verfolgen und vertreten in unserem Leben. Dann ist es wichtig für diesen Lebenssinn, dass wir Selbstwirksamkeit empfinden, also dass wir das Gefühl haben, dass unser Selbst, unser Verhalten eine Wirkung im Außen hat und das Empfinden von Erfüllung. Also du merkst schon, der Lebenssinn ist irgendwie ganz komplex und setzt sich aus vielen verschiedenen Bestandteilen zusammen. Und deshalb sagt man in der Forschung auch, dass der Lebenssinn aus drei Ebenen besteht. Einmal der kognitiven, der emotionalen und der motivationalen Ebene. Bleibt dieser Wille zum Sinn, dieser Drang zum Sinn, den Frankel auch beschrieben hat, permanent unberücksichtigt, dann kann eine Person in ein sogenanntes existenzielles Vakuum geraten. Also das ist ein Zustand der Langeweile, aber der sehr extrem Langeweile oder auch der Lehre der Bedeutungslosigkeit, weil wir eben in dem, was wir machen und was wir sind, keinen Sinn erkennen. Es gibt mittlerweile auch neuere Konzepte in der Forschung, die auf den Theorien von Frankel aufbauen. Und zwar gibt es zwei Psychologinnen, George und Park in Connecticut, die sagen, der Lebenssinn besteht aus Verständnis, Zweck und Bedeutung. Also ihre Konzeptualisierung des Sinns im Leben betrachtet, ist als ein dreiteiliges Konstrukt, definiert als das Ausmaß, in dem das eigene Leben als sinnvoll erlebt wird, als von geschätzten Zielen geleitet und motiviert und als wichtig in der Welt wahrgenommen wird. Also die Definition, wie gerade schon erwähnt, lässt sich in drei Komponenten aufteilen. Das ist erstens das Verständnis oder das Ausmaß, in dem Menschen ein Gefühl der Kohärenz und des Verständnisses in Bezug auf ihr eigenes Leben wahrnehmen. Kohärenz ist immer so dieses, wir wollen mit uns und unseren Werten im Einklang sein. Dann die zweite Komponente ist der Zweck oder das Ausmaß, in dem Menschen das Leben als von geschätzten Lebenszielen geleitet und motiviert erleben. Also da ist auch das Thema Ziele mit drin, was wir auch eben schon angesprochen haben. Und die dritte Komponente ist hier die Bedeutung oder das Ausmaß, in dem Menschen ihre Existenz als bedeutsam wichtig und von Wert für die Welt empfinden. Verständniszweck und Bedeutung sollten nicht als drei verschiedene Konzepte betrachtet werden hier, sondern als drei eng miteinander verbundene Konstrukte, die zusammen den Sinn im Leben ausmachen. Also das ist ja häufig so die Herausforderung in der Psychologie, dass bestimmte Sachen nicht so klar voneinander zu trennen sind und deshalb ist es hier auch wichtig zu erkennen, ja diese drei Bestandteile ähneln sich, aber das ist auch gut so, weil so können sie Hand in Hand wirken und gemeinsam den Lebenssinn ausmachen. Also diese drei Bestandteile, Zweck, Bedeutung und Verständnis, agieren und interagieren auf ganz natürliche Weise miteinander, sie beeinflussen sich gegenseitig und ein sehr geringer Anteil einer Komponente wird wahrscheinlich die anderen nach unten ziehen und umgekehrt. Und diese drei Komponenten-Theorie des Lebenssinns ist zwar noch relativ neu, aber ein ganz vielversprechender Schritt zu einem umfassenderen Verständnis dessen, was Bedeutung für den Menschen bedeutet. So, ich habe einige Haspler heute drin, es tut mir total leid. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Irgendwie habe ich heute einen Knoten in der Zunge. Weiter im Text zum Thema Lebenssinn. Martin Seligman ist ja so der Gründervater der positiven Psychologie und den habe ich hier auch häufiger schon erwähnt und er hat das Konzept PERMA begründet, in dem es darum geht, wodurch wird unser Wohlbefinden definiert und gesteigert. Und PERMA ist ein Akronym, also eine Abkürzung für fünf Zutaten und das M steht für Meaning, also eben auch den Sinn. Auch hier wird es aufgegriffen, dass das Gefühl von Sinnhaftigkeit im Leben einen ganz maßgeblichen Einfluss darauf hat, wie stark, stabil und hoch unser Wohlbefinden ist. Woher kommt der Lebenswille oder was beeinflusst unseren individuellen Lebenssinn? Ich denke, die wichtigsten Quellen des Lebenssinns in unseren westlichen Kulturen sind auf jeden Fall soziale Beziehungen. Also auch die Forschung zeigt, dass gerade in der westlichen Welt diese soziale Verknüpftheit die sozialen Beziehungen wirklich der Bestandteil sind, den die Menschen als sinnvoll erleben. Es gibt noch jüngere Menschen oder wenn man jüngere Menschen befragt, kommt auch manchmal raus, dass die dort noch Sinn in Sport oder Hobbys sehen. Wenn man das aufdröseln würde, könnte man vielleicht auch erkennen, dass auch hier wieder soziale Interaktionen eine Rolle spielen. Und ältere Menschen tendieren dazu, auch den Sinn im Leben in so Themen wie Gesundheit zu erkennen oder auch in ihrem Glauben. Klar ist also, für jeden bedeutet Lebenssinn etwas anderes, auch je nach Erfahrung. Aber diese sozialen Beziehungen sind schon sehr, sehr wichtig. In einer Reihe von empirischen Studien zeigte sich eine positive Beziehung zum Wohlbefinden und zur Gesundheit, wenn wir unseren Lebenssinn kennen oder uns mit unserem Lebenssinn befassen. Und zusätzlich unterstützen neuere Untersuchungen der Theorie von Viktor Frankl, dass sogar im Leid Sinn gesehen werden kann und dass das hilft, mit Leid umzugehen. Also durch das Erfahren von einem Lebenssinn können wir mit Stress oder auch Lebenskrisen oftmals besser umgehen und diese Phasen besser bewältigen. Und daraus resultierend erleben wir auch wieder mehr positive Emotionen. Und das ist ja auch häufig das, was ich über die positive Psychologie berichte und versuche mit auf den Weg zu geben, auch hier in diesem Podcast, dass es nicht darum geht, einfach alles, was schlecht oder negativ ist, auszuklammern, sondern zu schauen, wie kann ich denn vielleicht mit den Krisen oder nicht so tollen Phasen meines Lebens so umgehen, dass ich trotzdem zuversichtlich in die Zukunft schauen kann, dass ich was Gutes daraus mitnehmen kann, dass ich einen Sinn darin erkenne und dann auch wieder weitermachen kann. Die Forschung unterscheidet in unterschiedlichste Arten der Sinnfindung, weil ich aber jetzt langsam finde, dass es ein bisschen genug zum Wissenschaftsstand ist, möchte ich mal ein bisschen praktischer hier rangehen. Deshalb ganz kurz eine Zusammenfassung von allem, was ich bisher gesagt habe, was wir bisher gelernt haben und dann schauen wir mal, wie wir denn jetzt unseren Lebenssinn finden können. Wir haben gelernt, dass lange Zeit die Sinnfindung ein Thema der Philosophie war und nach und nach auch ihre Fühler in die Psychologie gestreckt hat und nun wird auch in der Psychologie daran geforscht und versucht zu definieren, was es denn heißt, dieses Thema Lebenssinn. Laut Viktor Frankl haben wir alle die Freiheit und auch den Willen, den Sinn des Lebens zu finden. Und das beschreibt er auch so ein bisschen als den Antrieb für unser Leben. Dabei geht es darum, dass wir auch Erfahrungen loslassen können und Urvertrauen verspüren. Und wenn wir diesen Willen verlieren, dann geraten wir in ein Gefühl der Leere und das will er vermeiden. Neuere Konzepte gehen davon aus, dass der Sinn des Lebens aus drei Komponenten besteht, nämlich das Gefühl von Kohärenz, also von Zusammenhang und Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens, von Lebenszielen als Motivation und Lebensleitlinie und drittens der Wahrnehmung des eigenen Werts in dieser Welt. Quellen für die Wahrnehmung von Lebenssinn sind zum Beispiel Beziehungen zu anderen, also diese soziale Komponente, über die wir gesprochen hatten, Hobbys, Gesundheit oder auch der Glaube. Und einen Sinn im Leben zu finden, geht mit mehr Wohlbefinden einher. Also alles gute Gründe, damit mal zu starten. Wie finden wir jetzt unseren Lebenssinn? Das ist natürlich nicht etwas, was wir einfach von heute auf morgen finden und dann schreiben wir uns einen Satz runter. Das ist der Sinn meines Lebens und dann ist es so und dann passt das. Aber es gibt ein paar Fragen, die wir uns stellen können, um unserem eigenen Lebenssinn näher zu kommen. Vier dieser Fragen möchte ich heute mal genauer beleuchten und vielleicht möchtest du dir auch die Zeit nehmen, diese Fragen schriftlich zu beantworten, damit du deinem Lebenssinn ein Stückchen näher kommst. Die erste Frage ist, wobei hast du als Kind Zeit und Raum vergessen? Also was hat dir als Kind Spaß gemacht? Was hat dich ganz früh auch schon in deinem Leben erfüllt? Vielleicht verbirgt sich dahinter ja auch ein Talent, was du hast oder eine ungewöhnliche Fähigkeit. Denn oft vergessen wir durch den Ernst des Lebens, durch das Erwachsensein, was uns wirklich schon immer mal Freude bereitet hat. Vielleicht hast du oft was gebastelt oder etwas gebaut wie Baumhäuser. Kreativität hat dich erfüllt, was auch immer es ist, was dir einfällt. All das ist gut, denn nur wenn du wirklich Spaß und Freude in deiner Tätigkeit, egal ob jetzt beruflich oder in der Freizeit hast, siehst du darin einen Sinn und schöpfst daraus eben Motivation und Antrieb. Die zweite Frage, die du dir stellen kannst, ist, wann vergisst du das Essen oder wann vergisst du zur Toilette zu gehen? Also wir suchen hier nach Flow-Erlebnissen. Wann kommst du in so einen Flow-Zustand, dass du wirklich Raum und Zeit und Grundbedürfnisse vergisst? Wann bist du total konzentriert und was könntest du den ganzen Tag lang machen? Wichtig ist auch, dass du dich dabei weder unterfordert fühlst, also du bist nicht gelangweilt, aber du fühlst dich auch nicht überfordert. Du kannst jetzt hier herausfiltern, was genau eigentlich das Faszinierende an dieser Tätigkeit ist und diese Qualität, diese Fähigkeit, diese Erfahrung brauchst du, um dem Sinn deines Lebens ein Stückchen näher zu kommen. Die dritte Frage, die du dir stellen kannst, ist, wie wirst du die Welt verbessern? Natürlich gibt es aktuell viele Probleme auf der Welt und du kannst nicht alles auf einmal lösen und du kannst vor allem nicht alles alleine lösen und es geht auch nicht darum, dieses eine Problem durch deine eigene Verantwortung komplett aus der Welt zu schaffen oder sich für alles, was passiert, verantwortlich zu fühlen. Aber es gibt bestimmt etwas, was dir am Herzen liegt und du kannst mal überlegen, was kannst du realistisch gesehen tun, um einen nützlichen Beitrag zu leisten, dieses Problem zu lösen. Also was würde dich erfüllen und dich zufriedenstellen? Vielleicht hilfst du gerne Menschen, vielleicht hilfst du gerne Tieren, vielleicht möchtest du etwas konstruieren, dass der Gesellschaft als Gesamtheit weiterhilft. Egal wie klein oder groß der Beitrag ist, jeder noch so kleine Schritt ist wichtig, sowohl für die Welt als auch für deine eigene Sinnfindung. Also dieses Gefühl, gebraucht zu werden in der Welt, kann ein ganz, ganz starker Antrieb im Leben sein. Und zu guter Letzt kannst du dich noch fragen, was würdest du tun, wenn du deinen Lebensunterhalt gerade nicht verdienen müsstest? Zu entdecken, was du leidenschaftlich tust und was für dich wichtig ist, also sinnvoll ist, braucht immer ein Prozess von Trial and Error, also Versuch und Irrtum. Niemand weiß ja im Vorhinein, was seine oder ihre Leidenschaft ist, bis man etwas ausprobiert und merkt, das bereitet mir Freude oder das erfüllt mich oder das eben nicht. Also probier es aus, trau dich ruhig mal neue Sachen auszuprobieren. Das muss ja nicht immer direkt als Hauptberuf sein, sondern vielleicht als Hobby, als Nebentätigkeit oder ähnliches. Und dazu kannst du dir vorstellen, was du machen würdest, wenn für deinen Lebensunterhalt komplett gesorgt wäre. Was würdest du mit deiner Zeit anfangen? Wo würdest du hingehen? Wo würdest du leben? Und falls dir hier nichts einfällt, dann bleib dran und probier immer mal wieder was Neues aus und finde Sachen, für die du brennst, für die dein Herz brennt, die dich eben erfüllen. Ich hoffe, dass dir diese vier Fragen ein bisschen dabei weiterhelfen, herauszufinden, was dein eigener, individueller Sinn ist, was dein Zweck der Existenz ist. Und ich freue mich auch gerne, mehr darüber zu erfahren. Also schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram oder per E-Mail. Und nächste Woche gibt es dann ein wunderbares Interview zum Thema Lebenssinn, worauf ich mich schon sehr freue. Und ja, bleibt gespannt. Viel Spaß bei der Sinnfindung und bleibt vor allem gesund. Share and grow. Deine Muriel.